Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Führnisse mit Dirk und Klaus. Der einzige Podcast, der mitten im Wort anfängt, weil es keine Vorwarnung gibt, wann wir aufzeichnen sollen. Ah, ich habe da deinen Finger gesehen. That's what she said. Ja, ja, ja. Willkommen hier aus dem angenehm runtergekühlten Podcast-Studio. Jetzt, wo der Regen über die Hauptstadt gefegt ist. Genug Regen für den ganzen Sommer, würde ich mal sagen. Ja, ja, also bei mir, in meinem Baumhaus, da ist es auf jeden Fall noch sehr heiß. Da kann man sich maximal kleiden, wie ich jetzt gerade mich nicht kleide. Ich trage einen von diesen, wie soll man sagen, die Eisläufer aus den 70ern. Die hatten so einen Ganzkörper-Performance-Anzug. Und den habe ich bloß, ich sage mal, Hälfte der Oberschenkel und Hälfte der Oberarme getrennt. Aber sonst eigentlich genauso. Auch die Farben, sehr ähnlich. Indessen trägt Klaus seine alte Tropenuniform aus Deutsch-Westafrika wieder auf. Der Helm ist sehr schön. Ja. Also wenn der nachher mal gegen das Mikrofon klackt, dann bin ich kurz weggenickt. Oder einfach bewusstlos. Ja. Du hast ja viel trinken heutzutage, viel trinken. Hör mal auf, ich komme immer noch nicht hinterher damit, wieder zu rehydrieren. Ah, stimmt. Du warst ja so ein leichter Patient von Hitze, ne? Hütet euch vor den Iden des März und den Strahlen der Sonne. Besonders wenn man stumpf zwei Stunden in, weiß ich nicht, 40 Grad Sonneneinstrahlung. Was heißt hier stumpf? Du hättest meine Tore sehen sollen. Ich hoffe, die anderen waren auch begeistert. Ja, ja, ja. Er opfert seine Gesundheit dafür. Aber die anderen sind alle brav durch und keiner hatte irgendwelche Besparen. Aber ich bin halt auch sehr, sehr hitzeempfindlich, ne? Ja, 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 ja. Und sonst, wie war es heute in der Halle der lustigen? Im Kabaretttheater Distel. Genau. Ja. Distel? Ein schönes Theater, ja. Hm. An der Friedrichstraße. Also schon eine ganz gute Location. War das wieder mehr Lehrer als Schüler oder? Ne, ne, ganz normale Kindervorstellung. Aber weniger Sexismus als sonst. Ja, dafür. Also ich meine in der Vorstellung. Ja, in der Fall haben wir unsere rechtspopulistischen Thesen einfach mal, dass der Klimawandel erfunden ist. So. So, das war wichtig. Ach, da habt ihr so Eis vorbereitet, was ihr ins Publikum schmeißen könnt? Ja. Das haben wir, dass wir das den Kindern schon vermitteln. Ja. Ja, dass die auch gleich wissen, was die ganze linksgrün versiffte Fake-News-Media-Presse mit ihnen machen möchte. Können Sie mir vorstellen, der eine oder andere kriegt das von zu Hause schon mit. Ja. Manchmal haben wir das Gefühl, man sieht das so an Kinderfrisuren, was die dann so mitkriegen. Wenn wir so schlecht selbst geschnittene Boxerfrisuren haben, dann hast du das Gefühl, man hat sich ja, weiß ich nicht. Und dann in der Pause um 9.10 Uhr wird erstmal das Alupapier ausgewickelt oder abgepult und darunter verbergen sich so 300 Gramm Mett. Deswegen begrüße ich es ja, dass unsere Umweltminister, nee, Verbraucherministerin Julia Klöckner hat ja jetzt endlich, die deutsche Lebensmittelindustrie schaltet um. Weniger Salz, weniger Zucker, weniger Fett in den Lebensmitteln, die unsere Bürger essen. Danke, Nestlé. Aber es ist keine Schleichwerbung. Es ist halt einfach nur kostenlose Werbung, ne? Meine Güte, die ist wirklich so eine selten dumme Nuss. Ja, aber sie hat sich ja dann auch irgendwie total aufgeregt mit, was ist, Wochenschow-Leuten oder irgendwo, wo sie meinte von wegen, ja, was soll denn das, nur weil ich jetzt mal, ja. Da mach ich schon mal was und dann wird es auch kritisiert. Was ich ganz süß fand, weil ich das gerade hier sehe, wo die Heute-Show da meinte, unser Tipp an Ernährungsministerin Julia Klöckner, das Unternehmen, mit dem man Werbung machen möchte, kurz bei Wikipedia checken. Wenn der Punkt Kritik der längste ist und neun Unterpunkte aufgeteilt, neun Punkte untergeteilt wurden, dann stimmt alles nicht. Gut, aber es würde unterstellen, dass Julia Klöckner lesen kann, was ich bei ihr schon, das möchte ich ihr jetzt nicht unbedingt unterstellen, der Weinkönigin aus Hessen oder was auch immer sie war. Ja, stimmt. Und da hat sie ja gesagt, Andy Hatespeaker, weil ich mit Nestlé gesprochen habe, mal eigene Forderungen Zuckerreduktion nachlesen. Das Unternehmen, unsere Ziele für bessere Nahrungsmittel umsetzen, ist ein Erfolg. Erst unterstellen, dass nichts geschieht, dann durchdrehen, wenn man, und dann wurde von Heute-Show durchgeschrieben, was erreicht. Und dafür wurde eingeführt, ein bisschen Gratis-Werbung für einen der aggressivsten Nahrungsmittelkonzernen der Welt macht. Das ist eine ganz gute Ergänzung, aber echt eine selten dumme Fotze. Ja, aber es ist halt auch so jemand aus diesem typisch bonzen, konservativen Lager, die halt in ihrem Leben immer nur irgendwie durchgekommen ist und glaubt, sie hat das alles selber erreicht. Deswegen darf man sie auch nicht kritisieren, weil es ist alles, sie versteht, ich glaube, sie versteht es halt auch wirklich nicht, dass es da Kritik dran gibt. Ja, Wasser ist kein Menschenrecht, ne? Ja, das muss sie jetzt auch mal festhalten. Wasser hat auch wenig Zucker, Salz und Fett, ne? So. Ja, da hat sich schon viel erreicht. Ja. Ja, komisch, dass die gerade irgendwie bei Jungwählern so abkacken, obwohl die so innovativ und so nach vorne preschen. Verstehe ich auch nicht, aber bei Wählern über 70 hatte die Union noch 45 Prozent der Stimmen. Ja, siehst du. Das ist aber gut, die wissen halt oft auch nicht. Sie meinte doch auch, dass sie die Leute lieber an der Ladentheke als an der digitalen Theke abholt, wo dann auch irgendwie Welke meinte, was ist denn die digitale Theke? Aber dann merkst du halt, wie sie dann versucht, hip zu kommunizieren. Hey, Girls und Boys, ihr an der digitalen Theke da draußen. Ein Bild kreiert hier, wo du denkst, da komm ich gar nicht, ich hab da, ich schaff, mein Fantasie schafft da gar nichts. Wie mit alten, keine Ahnung, so Mac-Dos, weil Mac-Dos vor allen Dingen, Macintosh-Rechnern irgendwie so einen Theken bauen. Ich hätte eher gedacht an so eine Theke wie aus Doom oder so. Theke wie aus Doom? Mit so 2D-Sprites. Habe ich jetzt ja gar nicht. Das war halt im Internet an so einer, das ist quasi wie in einem 3D-Ego-Shooter, aber nur aus 2D-Sprites. Das, glaube ich, hatte Julia Klöckner im Sinn. Okay, da habe ich jetzt kein Bild. Ich weiß doch, wie Doom aussieht. Doom ist jetzt aber nicht Wolfenstein. Aber Wolfenstein hat die gleiche Grafik-Engine. Aber okay, dann denke ich doch in die Richtung. Ja, genau, also nur so 2D-Grafik-Sprites, so mit pixeligen Produkten. Julia Klöckner, meine Güte. Julia Klöckner, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja Mensch, und die Partei, die sich jetzt langsam abgeschafft hat. Ja, erstmals in einigen Umfragen von den Grünen überholt als stärkste Partei. Nicht in allen, also je nach Institut ist der Vorsprung teilweise noch relativ groß, den die Union hat, aber ja. Und was war jetzt nochmal SPD? Ja, die Partei, die auf dem gleichen Prozentstand wie die AfD rumpobelt. Aber auch, ich bin auch immer noch verwundert, dass die FDP auch noch 7% hat. Ach stimmt, die gibt es ja auch noch. Die waren immer eine Zeit lang weg. Und man hat gedacht, ach endlich, endlich, diese Partei, die sich so dermaßen überlebt hat, ist jetzt verschwunden. Und dann sind die wiedergekommen, weil die immer wieder eingeladen wurden in alle Talkshows. Hast du den Post gesehen von Nico Semsrock, als er meinte von wegen, um die Frage zu klären, ob ich im Europaparlament auch diesen schwarzen Kapuzenpulte trage? Er mit seinem, der ist jetzt übrigens in der Grünen-Fraktion. Ja. Ja. Aber jetzt nur er, oder? Derzeit nur er, Sonneborn behält sich das wohl noch vor. Also derzeit sind die Grünen und die Rechtsradikalen, das internationale Bündnis der Rechtsnationalisten, das alleine finde ich toll, sind die gleich stark, was die Mitgliederzahlen im Europaparlament angeht. Und mit Sonnebaum wird es kippen, der meinte, behält sich die Entscheidung noch vor, bis kurz vor Schluss. Oh, schön. Public Heroes, da kann ich jetzt nicht rangehen. Das ist jetzt einfach so richtig hier. Geh doch ran nicht, mal Pause. Ne? Geh doch ran nicht, mal Pause. Ne. Die rufen mal jetzt zur falschen Zeit an, geh auch nicht für. Ja, wetten, die rufen an für irgendein dummes E-Casting? Ja, ich hab auch eins bekommen. Ey, hast du Lust? Ja, dann ist es doch bestimmt eins. Ja, das ist für den... Machen so nur 10.000 Leute mit Aaron. Für Obi. Ich auch denke so. Es ist halt relativ gut bezahlt. Aber ich denke auch, E-Casting, sie haben zwei Studio-Castings in Berlin und in Nordrhein-Westfalen. Und E-Casting noch dazu. Ja, und ich bin halt die meisten Tage eh nicht da, davon. Ja, aber das ist doch dann schon wieder... Und kannst du bitte alle Szenen original so nachstellen wie im Sport? Ja, aber ich hab nur die Beschreibung durchgegeben. Ich bin halt vom Drehzeitraum eh, glaube ich, vier oder fünf Tage nicht da. Oh, ärgerlich. So was von bumpe. Ich darf übernächste Woche ins Rosenhotel nach Sangerhausen. Es wird weitergedreht für Abelio. Ah. Ja, und dann haben sie jetzt mal die kluge Aktion gebracht, lass uns mal ein bisschen am Stück drehen. Wie? Und ich hab auch gedacht, wieso? Jeden Monat ein Spot? Ja. Das heißt auch, jeden Monat ein Dreh. Ja. Das ist doch nicht, das ist ja alles am Stück. Was soll das, was sollen diese Kosteneinsparungen? Wie erklärt ihr das dem Kunden? Nee. Kommt des Willen. Ja. Das kannst du dir nur in so einer Region erlauben, wo es keine Konkurrenz gibt. Ja, ich sieh's ja echt, dass Leipzig so, aber das Krasse ist ja, dass ja eine Typ von Agentur meinte, dass Leipzig halt so ein Mörder viele Anfragen hat und das halt auch nicht nur für die kleinsten oder mittelständischen Unternehmen, aber da halt einfach niemand ist. Da ist keine Werbeagentur oder irgendwas, die es umsetzt. Und dann hast du halt eine und die ist dann halt, ja, das ist ein Monopol. Und sie sagt dann von wegen, ey, wir machen das mal schön nach unseren Regeln. Oder meinen sie nach der Schwarzen Acht, die sie immer schütteln, wie der Präsident. Die magische Miesmuschel. Übrigens auch schön, die Bundeswehr hat eine neue Plakatkampagne, um Handwerker zur Bundeswehr zu locken. Aber die hätten, glaube ich, permanent was zu tun, oder? Warte, der Titel der Posterkampagne ist Gas, Wasser, Schießen. Das ist aber kreativ. Ja, aber im Militärkontext wäre ich halt mit Gas vorsichtig. Ich wäre auch mit allem im Militär vorsichtig, auch mit Schießen, glaube ich. So mit Waffen, die, glaube ich, dem Schützen erstmal, weiß ich nicht, die Schultergelenke zertrümmern. Dafür brauchen sie ja die Handwerker. Ja. Heckler und Koch, auch fast pleite, heißt es. Was? Bei den internationalen Konflikten ist Heckler und Koch, wie geht denn das? Ja, die Waffenindustrie boomt und die sind fast pleite, die haben halt ganz viele Altschulden. Was machen die denn falsch? Ja, weiß man nicht. Schwer zu sagen. Das ist ja echt komisch. Ja. Möchtest du was loswerden? Soll ich zum Thema kommen? Zur Sache, Schätzchen. Ich muss ein bisschen ausholen für die heutige Frage. Vor ein paar Wochen habe ich ja bei Lidl dieses schöne Buch von John Katzenbach in die Hände gekriegt. Ja. Und ich auch seit dem letzten Langeneßaufenthalt, als ich erzählt habe, dass ich diese bescheuerten Bücher oder ein bescheuertes Buch gelesen habe, ist mir das wieder passiert, dass ich lese des Öfteren. Mhm. Erschreckend und auch ein bisschen furchteinflussend für mich persönlich. Und da habe ich jetzt, bei Katzenbach bin ich hängen geblieben, finde ich ganz geil. Und da, also Spoiler Alert, aber ich glaube, ich treffe da jetzt nicht wirklich so die großen Katzenbach-Fans da draußen. Und zwar ist mir die Frage aufgekommen bei dem einen Buch namens Der Patient. Und da geht es nämlich darum, dass ein Psychiater von einem ehemaligen Patienten, beziehungsweise glaubt er erst mal, dass er ein Patient ist, bedroht wird. Und erst mal so nur ganz unterschwellig mit so einem Brief von wegen, ja, Sie sind schuld, dass alles scheiße ist und bla. Und ich werde mich an ihn rechnen, ich hätte sie ja schon abknallen können, aber viel zu langweilig. Und somit merkt er auch schon, okay, der Typ ist nicht ganz sauber, mit Sicherheit ein Patient. Und dann nach und nach entzieht er ihm so die Lebensgrundlage, also seine ganze finanzielle Grundlage, seine Reputation, also alle seine Patienten und irgendwie so ein komisches Society, der Psychiater, bla bla bla. Also das ganze Spiel in Amerika, in den Staaten, wird halt irgendwie so ein Fake-Fall vorgelegt, der bestätigt ist, dass da halt er sich an eine Patientin vergangen hätte. Und somit bricht halt alles zusammen. Er kann halt auch finanziell nichts mehr. Er wurde komplett gehackt, also alles auf Null. Und ihm wird auch ganz klar dargelegt, sofern er sich halt irgendwie an die Medien oder an die Polizei oder irgendwas wendet, wird ihm nichts passieren, sondern er hat eine Liste gekriegt mit 50 Personen in seinem näheren Umfeld. Das sind halt irgendwie alles Freunde, Bekannte etc. Auch teilweise unbekannt, dass gesagt wird von wegen, sie haben noch nie, keine Ahnung, die Cousine, die dritten Grades kennengelernt. Die ist so und so alt, die lebt dieses Leben, aber die wäre dann passé. Deswegen machen wir jetzt eine Liste mit 50 Leuten, mit denen man uns persönlich bedrohen könnte. Genau. Alle mit Namen, Adresse und diese langsam vorlesen, auch wie man leicht hinkommt, die öffentliche Anwendung. Ja, ich suche die Anwendung. Nee, und er fühlt sich halt so in die Enge gedrängt, weil derjenige sagt von dir, okay, ich gebe dir halt immer ein bisschen Futter und du sollst herausfinden, wer ich bin, aber gleichzeitig reiße ich dir immer mehr dein Leben weg und eigentlich möchte ich nur, dass du dich selber umbringst. Und dann irgendwann fasst er sich ein Herz und sagt von wegen, okay, wie komme ich da raus, nur indem ich ihm Folge leiste. Er bringt sich offiziell um. Und jetzt kommt meine Frage, wie würden Klaus und Dirk verschwinden? Weil das ist das, was er tut. Er verschwindet aus dem Leben. Er ist nicht mehr da. Also es gibt seine Identität nicht mehr. Er faked halt einen Selbstmord, den er lange plant, um dann aber daraus ja noch weiter zu gehen. Das heißt, neue Identität, erst mal untertauchen. Er fürchtet natürlich, dass der Killer ihn sucht und das nicht glaubt, weil er faked ja seinen Tod so, dass keine Leiche da ist. Und jetzt einfach mal so meine fiktive Frage, wie würden wir, wenn wir halt auch an so, also müssen wir ja auch schon eine Bedrohung haben. Das wäre jetzt nicht von wegen, ja gut, die GZ nervt und Finanzamt nervt. Obwohl, das kann natürlich auch ein Punkt sein. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere, wenn er irgendwann, das ist ja auch das Phänomen, je reicher man ist, desto mehr Schiss hat man, dass man sein Reichtum verliert. Und da gibt es bestimmt die einen oder anderen, die sagen, Walter, kannst du hier im Golfklub mal irgendwie helfen? Ich möchte mal, ich sag mal, finanziell vom Finanzamt verschwinden? Ja, dann stirbt doch einfach. Alles klar. Du kannst da einen Totschein ausfüllen. Irgendwie so. So, das war jetzt meine Frage. Also wir beide? Oder können wir den anderen als Komplizen nutzen, dass wir uns als verschollen melden? Ja, das ist ja halt die Sache. Wenn wir beide verschwinden sollen, dann ist es halt so, würden wir es zusammentun? Weil ich glaube, dann ist halt, wenn es gleichzeitig passiert, leichter, um uns nicht in dem Moment auf die Schliche zu kommen, als wenn es nach und nach. Also wenn man eine verschwindet und der andere die ganze Zeit das Alibi oder die Geschichte verkauft jedem von Dingen. Der ist weg, glaubt mir, glaubt mir. Und dann haut derjenige selber ab. Das ist so, okay, wir glauben ihm nicht. Weil ich glaube, das wäre der Punkt. Okay, also wir verschwinden beide. Ich würde sagen, ich würde sagen, dass wir sicher, dass wir halt auch für, also das Ziel ist ja wirklich, wir kommen nie wieder mit unserer Identität irgendwo. Also Klaus Schnell und Dirk Hartz sind tot. Ja. Verrückt anzunehmen. Ja. Also ich würde halt dann auch, beziehungsweise er ist tot, aber ich würde irgendwie sagen, es läuft darauf hinaus, dass man erstmal irgendwie so seinen Tod faken muss. Ja. Dass das halt erstmal von irgendwelchen Behörden da erstmal abgeklemmt wird. Ja. Also zunächst noch müssen wir extrem viel Bargeld abheben. Das ist halt auch die Sache. Er hat alles verloren, bis auf ein Konto, irgendwie so ein pimmeliges Landkonto, wo die nicht mit Internet gearbeitet haben. Und das war sein Glück. So, weil die haben halt gemerkt, von wegen, dass da halt andere angerufen haben, sich als ihn ausgegeben haben. Und die haben gesagt, naja, dann müssen sie ja hier dies und jenes halt wissen und sich dann auch bei uns persönlich vorstellen und sich ausweisen können. Und dann konnten die das immer abkacken, so. Das ging halt nicht. Und das war der einzige Grund, wie er dann halt eigentlich, und wir ja halt nicht. Wir haben jetzt, wir sind ja glaube ich auch irgendwie beides Online-Banking-Fraggle. Wir können ja auch nichts mit Karte kaufen, was wir irgendwie dann danach noch brauchen in unserem Leben danach. Ja. Also ich glaube, einer meiner ersten Schritte... Also bauen wir uns danach, also wir bauen uns danach auch kein Leben auf, sondern wir finden nur die Leute, die uns erpressen. Und hauen ihn in die Hoden. So wie letztens beim Training. Schlag gegen den Penis, ja, tut erstmal ein bisschen weh, aber bringt nicht so viel, als wenn du ihn wirklich in die Eier schlägst. Ach so. Nee, nee, das war aber schon unangenehm. Das war schon unangenehm. Ja, aber man muss ja auch immer was lernen hier. Okay. Naja, also als erstes habe ich so gedacht, also sein Ziel war ja, dass er halt dann irgendwie dann weiterlebt. Er wollte ja gar keine Rache, sondern er war so fertig. Vielleicht entsteht das. Vielleicht entsteht was, wenn wir durchkommen würden, wenn wir halt alles ruhen, wir hätten neu irgendwas aufgebaut und dann sagen, okay, das funktioniert, wir werden nicht mehr gesucht, jetzt drehen wir den Spieß um. Aber ich glaube nicht, dass alles zusammen gleich passiert wird, dass du sagst von wegen Tod aufbauen, Jagd. Also mein Fokus wäre eher ja Tod vortäuschen, Rache und dann wieder zurückkehren in mein Leben. Also das heißt, du würdest erst gar nichts Neues aufbauen, du wärst erst mal weg. Ja. Also du würdest das erst mal weghaben. Ich würde mich komplett darauf fokussieren, unseren, ach wie nennen wir unseren Emprester denn? Karl Pimmelmeier. Karl Pimmelmeier. Ich hätte Detective Pikachu gesagt, weil der gerade hinter uns sitzt. Okay. Aber Karl Pimmelmeier ist gut. Oder Karl Pikachu, das wäre vielleicht auch. Karl X Pimmelmeier. Nichts ist so mysteriös wie ein X im Namen. Ah, stimmt. Aber ich meine, aber wenn du sagst von wegen Sterben, Untertauchen, sofort Rache, bedeutet ja echt, dann brauchen wir wirklich Bargeld. Weil dann haben wir keine Einkünfte, wir sind einfach nicht da. Und das muss eine schnelle Nummer werden, das müssen ein, zwei Monate sein. Das ist halt auch die Sache, weil man weiß ja, wenn man sich ein bisschen mit so Kriminalfällen beschäftigt hat, die ganzen guten Sachen brauchen Zeit. Du kriegst es nicht hin von wegen, alles klar. Aber dann müsste man irgendwie sagen, das muss man irgendwie so weiterdenken, wie würde die Person, die uns verfolgt und dann halt auch diesen Tod glauben müsste, den müsste man ja irgendwie für sich verifizieren. Also die Person würde irgendwie sagen... Ja, genau. Kannst du die quasi anlocken. Genau. Würde die zum Leichenschau rausgehen, dass sie sagen, okay, wir werden auf jeden Fall irgendwo eine Leiche hinterlegen. Und die Person müsste da hin und das wäre eine Falle oder sowas. Aber das klingt zu einfach, finde ich. Ja, ja. Außerdem müssten wir dann erstmal Leute umbringen von unserer Statur und unserem Alter ungefähr. Nee, ich meine, dann wären wir so bereit oder würden wir eher sagen, wir würden mit unseren Ärzte-Connections sagen, wie sieht es denn aus im Leichenkeller bei euch? So. Gibt es da? Ja, gut. Anyway, da liegt einer. Verfalle ich hier schon wieder in so einen Bayer. Das ist ja gar nicht... Kommt vorbei, nehmt ihn mit. Der stinkt hier eh nur die ganze Bude voll. Ja, meh. Das ist ja... Das ist ja ever und geschehen, ob der weg ist oder nicht. Naja, aber okay. Also erster Schritt, wir müssen unseren Tod vertäuschen. Ja, ja. Das müsste was... Ich hätte ja fast eher gesagt, das ist irgendwas, wo man halt, wo keine Leiche zurückbleibt. Das hat er nämlich auch gemacht. Der hat nämlich vorgetäuscht, dass er morgens schwimmen gegangen ist an einer Stelle mit starker Strömung am Meer. Es gibt einen schönen Daniel-Kehlmann-Roman, der auch genauso anfängt. Der fernste Ort, wo er das auch... Er wird für tot gehalten. Ja. Und dann kommt er doch an Land und dann denkt er, eigentlich hasse ich mein Leben. Fickt euch doch alle. Ich mache jetzt, was ich will. Okay, also er kommt auch nicht zu... Also er versucht sich umzubringen und überlebt das? Nein, nein, er versucht sich nicht umzubringen. Er nutzt nur die Chance, dass alle denken, hätte er sich umgebracht. Aber er hat das ursprünglich gar nicht vorgehabt. Genau. Okay. Und denkt dann einfach so, warum soll ich in mein Leben zurückkehren? Aber wenn wir sowas wie Wasser nehmen, dann ist die Spree ja total schlecht. Also ich glaube, die hat eine ganz traurige Flussrichtung. Ja, Spree ist nicht mit dir etwas zwei Meter pro Sekunde oder so. Obwohl immer gesagt wird, man sollte hier nicht drin schwimmen. Nicht nur wegen der schlechten Wasserqualität, sondern halt auch wegen der Schifffahrt. Ja. Und das könnte man ja vielleicht nutzen, dass man irgendwie sagt, hier sind regelmäßige Großindustrie, wo du denkst, alter, das sind Schrauben. Ja, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt einen Abschiedsbrief hinterlassen, bin ich in fünf Minuten zurück, gehe kurz in der Spree schwimmen. Na oder? Da würde ich schon aufhorchen. Ich will sicher gehen und ich springe in die Schraube. Da würden alle sagen, ach, das ist doch totaler Käse. Ja. Das ist doch kein Schmein. Also selbst Karl X. Pimmelmeier würde uns da, glaube ich, auf die Schliche kommen. Ja, beziehungsweise, wenn man jetzt sagen würde, wir reisen irgendwo hin und dort passiert dann halt ein Tod. Da wüsste jeder, der dich ein bisschen kennt, Klaus hasst es zu reisen. Was gäbe es denn dafür einen Grund? Klaus liebt es, sich umzubringen, aber er hasst es zu reisen. So. Ich meine, sagt man dann von wegen, ja, wir sind auf der, weiß nicht, wir sind halt irgendwie, keine Ahnung, das ist ein Mördersport-Event. So, wir haben halt den Ultimate Xletics in San Antonio oder sowas. Ja, wir sind beim Ultimate Ninja Warrior. So. Ich meine, aber könnte man so erstmal uns weg, weil ich glaube, der Ort, eine örtliche Veränderung wäre nicht verkehrt. Ja, aber dann hängen wir halt da fest, ohne Netzwerk und ohne Karten. Nein, 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 ich meine aber generell, mein erster Gedanke war eh, ins Darknet, um sich zu informieren. Weil ich glaube, so einfach, also wenn wir jetzt einfach so ins Netz, das wäre blöd im Nachhinein. Und auch wenn ich jetzt mich einfach nur Google-mäßig an der Uni setze, ist vielleicht auch doof. Dass dann irgendwann rausgefunden, Alter, ein Rechen hat genau die einzelnen Punkte gesucht, die darauf, ich weiß natürlich nicht, also wenn ich jetzt halt irgendwie Zeitverbrechen mir anhöre, dann wird immer gesagt, dass die deutsche Polizei echt nicht so klug ist, wie es in Filmen und sowas immer scheint. Jetzt nicht irgendwie böse, böse, dumme Polizei, aber es gibt halt einfach so viele Geschichten, wo du denkst, echt, wirklich, also dieses, ein Polizist kommt rein und der Täter sagt, meine Frau, die ist, hat Selbstmord oder ist einfach tot. Und dann, ach Mensch, ja. Und der Dritte schaut die Leiche schon nicht mehr an, sondern hört, was die ersten beiden Kollegen sagen und bildet sich kein Bild mehr, sondern übernimmt das nur noch. Und so entstehen dann diese gefährlichen, ja, das ist ja eindeutig Herzschlag. Also haben die Kollegen ja schon bestätigt, dann muss ich mir das ja nicht nur mal anschauen. Ja, aber die können Fehler machen. Der ist schon 50, so soll der Fehler machen. Karl X. Pimmelmeier schlägt wieder zu. Ja. Also ich würde mich, glaube ich, im Darknet erstmal informieren. Ja, also laden wir uns erstmal einen Onion-Browser runter und dann... Da ist halt auch die Frage, das Herunterladen, also quasi die Tür zum Darknet, die ist ja nachzuvollziehen, oder? Dass man sich sowas geholt hat, oder? Ja, du kannst es ja mit einem VPN verschlüsseln, also da gibt es schon ein paar Methoden. Du kannst, du musst den Browser ja auch nicht, der ist ja nicht ausschließlich fürs Darknet gedacht. Den Darknet, also den Browser, den man nutzt, um reinzukommen. Ja. Es gibt ja mehrere Wege, oder? Ja, genau. Den kannst du ja auch einfach haben, um dir Pornos anzusehen oder Drogen zu bestellen. Dafür brauche ich einen separaten... Okay. Naja, wenn du Drogen bestellst, ja. Okay. Also, wir laden uns... Oder dir deine Hundekampf-Videos im Internet ansiehst. Hodenkampf-Videos schaue ich mir mal an. Ich bin für den Haarigen. Cockfiles waren gestern. Geil. Cockfiles. Neu interpretiert. Wenn die Säbel Trauer tragen. Klaus hält sich seine Hand leicht pikiert wie die Queen vor's Gesicht. Mit Recht, wie ich sagen möchte. Weil ich wieder hier unser Protokoll missachtet habe und habe ihn angefasst. Untenrum. Das Podcast-Protokoll. Nicht beim Aufnehmen. Nicht beim Aufnehmen. Okay. Die Luft ist nicht so gut an deiner Stelle. Es drückt sie richtig in mein Gehirn. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese bizarre Igel-Folge mit der Oboe aus Spongebob. Es geht gerade los. Ich war die ganzen Tage, ich war echt mental ein bisschen angeschlagen von dem Sonnenstich. Da hast du gar nicht erzählt, dass du einen hattest. Ich glaube, das wäre jetzt alle... Ja, achso. Ich habe mich echt teilweise, ich musste mich jedes Mal, bevor ich was sage, kurz fragen, ob ich es schon gesagt habe oder nur daran gedacht habe, dass ich es gesagt habe. Geil. Ja, kurz zusammengefasst. Klaus hat einen Sonnenstich, hat sich übergeben, lag im Schatten und hat dann langsam versucht, wieder Flüssigkeit zu sich zu nehmen, was nicht so leicht war. Und ich war halt auch wirklich mental ein bisschen angeschlagen. Ich musste mich die ganze Zeit, bevor ich was sage, fragen, ob ich es schon gesagt habe oder nur daran gedacht habe, dass ich es gesagt habe. Das muss für dich ja unheimlich schwer sein, weil du dich bestimmt selbst in der Zeit gehasst hast. Weil du ja gerade solche Leute überhaupt nicht abkannst. Wenn du vor dir stehst, habe ich dir schon, ja, schon dreimal, soll ich das Ende der Poente der gleiche, sowas. Aber halt auch nicht irgendwie vor fünf Minuten, sondern gerade. Also echt so ganz, ganz seltsam. Na ja. Kann ich mir vorstellen, wie du dann bei der Post stehst und dann wieder irgendwie so einen Sack Blumenerde kaufen willst und dreimal bezahlst und sie jedes Mal kassiert und guckt. Ja, immer noch 10, 50. Oh ja, ja, Entschuldigung. Ist alles okay? Ich habe auch ganz viel mit Kugelschreiber auf den Unterarmen notiert. Oh, down answer the phone und kratzt nicht die ganze Zeit an deinen Oberschenkel. Ähm, ja, naja, so, also. Stimmt, zurück zum Thema. Wir holen uns erstmal Bargeld. Ich dachte, wir hätten jetzt erstmal diesen komischen Torrent, blablabla, um uns zu informieren. Wir brauchen erstmal Bargeld, ein bisschen. Ja, aber vielleicht geht das ja darüber, dass wir halt irgendwie klären, wie, also was mich zum Beispiel interessieren würde, man hat laufende Abgaben, also irgendwie Miete und so einen Scheiß, dass man irgendwie im Netz herausfindet, wie diese Abgaben vom Konto offiziell immer noch weggehen, aber nie an das andere Konto ankommen, sondern quasi verschwinden und irgendwie zu mir in Bargeld kommen. Also das ist jetzt ein bisschen bescheuert ausgedrückt, aber sagen wir mal so, ich überweise halt alles auf ein anderes Konto, was halt, ach scheiße. Western Union funktioniert, da kannst du Bargeld transferieren. Wie PayPal Cash. Ja. Das heißt, der kommt ein Kurier an und sagt, hier, ihr Geld. Nee, du kannst digital Geld an Western Union schicken, dann holst du aus einem Western Union Stand ein Bar ab. Es gibt Western Union Abholorte hier in Berlin. Ja, an den Bahnhöfen halt und Flughäfen. Aber das Problem ist, du brauchst da einen Ausweis für. Ja gut, da sind wir ja da schon im Darknet und haben vielleicht. Ich glaube, es wäre unauffälliger, wenn wir uns erstmal über einen Monat mit genügend Bargeld für, ich sag jetzt mal, der Plan ist auf acht Wochen ausgelegt. Ja. Eindecken. Die Sache ist, wo würden wir denn jetzt das ganze Bargeld für acht Wochen herbekommen? Dispo und Konto. Also wenn wir sagen von wegen, erst mal ist alles scheiße. Bitcoin läuft auch wieder ziemlich gut, er ist gerade bei 6, 8. Erstmal ist ja alles scheiße. Naja, aber Dispo, das würde bedeuten, wir müssen ja irgendwie von einem digitalen Konto das Geld kriegen. Und das meine ich. Ja, aber wir können es ja erstmal abheben, bevor wir unseren Selbstmord vortäuschen. Ja, aber meinst du, dann wird nicht die Polizei nicht registriert. Guck mal, der hat auch eine, keine kleine Summe an Bargeld abgeholt. Ja, deswegen meine ich halt entweder über einen Monat oder wir, du sagst halt, naja okay, bevor ich jetzt Selbstmord begehe, gehe ich noch einmal hier mit Blackjack und Nutten über den Kurfürsendamm. Na, vielleicht baut man schon so eine Fake-Story auf, dass man öfter sich in irgendwelchen bescheuerten Spielunken präsentiert und der eine spielt dem anderen oder beide spielen immer sowas vor wie, fangen halt an mit irgendwelchen Drogen zu experimentieren. Und irgendwelche Barkeeper sagen, ja, das war echt voll offensichtlich, die waren hier nie zum Trinken, zum Feiern, die waren hier immer zum Einkaufen. Und die haben halt immer mehr gekauft. Das ist gut, ja. Und dann irgendwann hat man das Gefühl, die verlieren sich. Und dann wird es auch erklären, dass man sagt von wegen, ja, die Story haben sie verbreitet. Irgendwann geben wir mal so den Namen durch, dass wir sagen, Mensch, Dirk, so und dann, ja, Klaus, wir aus Friedrichshain, bla und sowas, dass es halt so alles da hängen bleibt, dass jeder so ein paar Informationen definitiv schluckt. Und das immer wieder, dass man irgendwie sagt, na ihr beiden, alles klar, ja, ja, ja. Und dann nutzen wir vielleicht ein bisschen das schauspielerische Talent, dass wir halt sagen, wir kommen auch immer fettiger da an. Wir fragen auch immer unsinnige Fragen. Wir fragen halt vielleicht auch mit Anschreiben irgend so eine Scheiße, so ein Quatsch. Und dass wir dann auf jeden Fall so ein Bild hinterlassen, Alter, die sind richtig, richtig abgesackt so. Und dann haben wir halt irgendwie so eine moderne Partydroge. Also ich glaube, wir würden an allem verenden können. Und das vielleicht in Verbindung mit Wasser. So wo du sagst, naja, hier trinkst du ja nicht, aber trinkst, wenn du halt besoffen bist oder auf Droge. Und dann ist halt die Sache, wie bleibt die Leiche halt aber verschwunden. Das ist, erstmal noch bevor wir das machen, brauchen wir auch so ein Burner-Phone. Ein was? So ein Telefon mit so einer Wegwerfkarte. Okay, also ein Prepaid. Ja. Weil? Weil wir irgendwas brauchen, um in Kontakt zu bleiben. Sonst werden wir doch Karl X. Pimmelmeier niemals finden. Also du meinst, dass wir in Kontakt bleiben? Ja, oder dass wir Zugriff aufs Internet haben, immer und überall. Ja, ja. Sonst wird es mit Pimmelmeier, der Jagd nach Karl X. Pimmelmeier schwer. Ja, ja, aber ich meine, wir müssen ja erstmal es schaffen, unseren Tod vorzutäuschen. Ja, 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 aber wenn wir da noch nicht ausgestattet sind. Ich glaube ja, in dem Moment, in dem wir unseren Tod vortäuschen, müssen wir schon alles haben. Ja. Achso, du meinst alles, um den auch zu kriegen? Ja. Das ist ja aber ganz schön viel auf einmal. Deswegen, wir brauchen ja nicht viel. Bargeld und ein Telefon. Ich glaube, das reicht. Das reicht und Pimmelmeier... Er ist ja aber nicht der Klügste, oder? Naja, mit dem Telefon haben wir Zugriff aufs Internet. Was willst du denn noch, um ihn zu erwischen? Ich weiß ja gar nicht, ob der im Internet aktiv ist. Also wenn er richtig klug vor sich vorgeht, dann ist er nicht zu finden. Na gut, aber einfach nur so koordinatorische Sachen wie, wo bleiben wir in der Nacht und so. Das müssen wir über das Internet lösen. Ja, beziehungsweise, ja, so eine Mischung aufs Internet und Bargeld. Also bloß nicht irgendwo mit Unterschriften und sonst was, sondern da, wo ein Schein mehr halt keine Unterschrift bedeutet. Google Maps und hier und da. Beziehungsweise, wenn das jetzt, du sagtest ja in acht Wochen, da kann man ja vielleicht sogar auch das Wetter sich zu eigen machen und sagen, man ist halt irgendwo draußen. Man muss nicht unbedingt halt, das würde natürlich, das muss jedes Mal richtig okay sein, weil das ist ja auch Kraft. Wie wäre es denn, wenn das so ein Campingunfall ist? Was, ja, erzähl weiter. Wir nehmen uns so ein Boot, wir mieten uns ein Boot, landen damit irgendwo. Also meinst du hier von Berlin so ein kleines Paddelboot oder was? Nee, nicht hier in Berlin, wir fahren so ein bisschen raus, da wo es so ein bisschen, weiß ich nicht, entweder ins tiefste Brandenburg oder ein bisschen südlicher. Und da ein Boot mieten. Genau. Und fahren dann raus. Ja, wie verkaufen wir denn die Geschichte, dass wir campen? Jeder, der uns kennt, sagt ja der eine vielleicht, aber der andere wird dann sagen, hau ab. Oder wir versuchen das so offensichtlich als Campingurlaub zu tarnen und verpacken das aber eigentlich mit unserer Drogengeschichte. Ja, genau, das wird so ein Mega-Deal. Ja, dass wir dann vorher schon immer erzählen von wegen, wir haben gehört, der Kurier kommt aus Brandenburg. Ja. Und wir dann irgendwann überlegt haben, viel günstiger ist, wenn wir mehr kaufen und den Kurier überspringen und direkt an der Quelle kaufen. Okay, vergiss das, wir mieten uns einen Lieferwagen. Okay. Und den lassen wir einfach irgendwo mitten in Brandenburg stehen. So eine Robbe. Ja. Ja. Klassischer Drogendealwagen, eine Robbe von Robben und Wenchies. Naja, so ein bisschen, ein bisschen kann das ja so die Richtung nehmen von Beat, wo es dann auch um Menschenhandel in Brandenburg ging und sowas. und Drogenscheiß und hast nicht gesehen, dass man sagt, naja, da gibt es etliche bestimmt tote Höfe, die richtig gruselig sind. Da kann man richtig so eine Szenarien, aber ob man das einfach so in acht Wochen planen kann. Aber gut, also du hast gesagt, also wir machen unsere Konten leer. Ja. Wir bauen vorher, sagen wir mal so zwei, drei Wochen diese Drogengeschichte, die echt intensiv regelmäßig passiert, immer weiter auf das. Auf jeden Fall sagen die, haben Mörderprobleme. Genau, wir kündigen auch in der Bar an, schreibt das mal an, bald haben wir eh das Geld. Oh, ja genau, wir bauen so ein bisschen was auf, so. Ja, ist egal, dann schreibt dir mal ein gutes Trinkgeld mit auf. Ja, und dann geht es hier richtig los. Immer diese traurigen Geschichten, wo man echt weiß, oh Gott, oh Gott. Und dann irgendwann fragen wir auch, habt ihr, keine Ahnung, Goldkrone oder sowas, dass wir echt merken, Hauptsache irgendwas drückt. Denkst du, oh Mann, Alter, hier fängt das Bier bei 5,70 an und du willst Goldkrone. Goldkrone-Cola. Ja, einen schönen, hier heißt es ja Futschi in Berlin und Tutschi in Hannover oder anderes wo ich bin schon durcheinander. Ja, okay, Konten sind leer. Wollen wir halt, ich habe so überlegt, wenn wir wirklich sagen, die Jagd ist wirklich das Größte, also es ist jetzt nicht von wegen, dass wir sagen, danach ins normale Leben, sondern vielleicht ein neues Leben, dass wir halt auch alle, bei dir sind es ja sehr viele, sag ich mal, elektronische Besitztümer, dass die halt alle in Bargeld, du kannst dir direkt dem Bargeld über Ebay-Kleinanzeigen kloppen, da könnte man ja auch erstmal echt Kohle machen. Wir nutzen alle, alle Reservoirs, Bitcoin wird verkauft, zum Höchstpreis alles. Alles, oh mein Moped, na gut, aber da können wir halt alles, wie viel hätten wir dann im Zuschluss, hätten wir also jeder 10, 20 Scheine so? Plus, minus, ja. Da kann man sich erstmal ein bisschen bewegen, wir wollen ja keinen Urlaub, wir wollen ja eine Rache. Ja, genau. Okay, also wir haben das Geld, wir haben die Geschichte aufgebaut, du sagst, wir verschwinden, indem wir mit einem Robben und Wintjes Lieferwagen in Brandenburg irgendwie, aber wo da und wie? Also der Wagen ist ja offiziell gemietet von Klaus und Dirk. Und dann, was ist die Story, was ist dahinter? Ich würde sagen, den lassen wir da stehen, vielleicht nehmen wir ein Messer mit, schneiden uns ein bisschen, schlagen die Fenster ein, hinterlassen ein bisschen Blut auf den Sitzen. Okay, also, aber ich hätte jetzt gedacht, das ist dann schon irgendwie Drogenkurier, Missglückt, Kidnapping, irgendwas und nicht Mord und Totschlag oder was ist das Bild? Na gut, aber wenn wir, wenn Karl X. Pimmelmeier explizit möchte, dass wir uns umbringen. Ja, also er will unseren Tod. Ja, ja. Aber ich meine, er muss es ja schlucken und er wird es auch eher schlucken, wenn schon die Gesellschaft, also wenn halt Polizei es schluckt. Und ich glaube, es ist schwieriger, wenn alle sagen, ich weiß nicht, dann wird er nicht sagen, ja, aber ich glaube das schon. Ja, aber meinst du nicht, dass dann, also bevor wir gekidnappt sind, plausibler, dass wir einfach umgebracht wurden bei dem Deal und unsere Leichen weggeschafft? Aber ich meine, wie baust du das, nur weil du irgendwo in Brandenburg auf dem Land stehst mit einem Drobben und Winches Wagen, der halt zwei Löcher hat und ein bisschen Blut, dass das ein missglückter Drogendeal gewesen ist? Wie bostest du das für die Polizei? Das kannst du ja verbinden mit, die wissen, dass wir den Wagen gemietet haben und dann wissen die Leute in unserem Umfeld, die beiden haben sich richtig dick mit Drogen verzockt in den letzten Monaten. Aber bräuchten wir nicht irgendwelche Spuren, irgendwelche Kitten, also wir müssen ja davon ausgehen und wir müssen ja das Bild bauen, dass jetzt, sagen wir mal, ein anderes Fahrzeug angekommen ist mit, ich sage mal, mindestens zwei anderen Personen, die uns überwältigt haben, plattgemacht haben, uns das Geld abgenommen haben und unsere Leichen, weil sonst hätten sie ja, warum die Mühe machen? Also wenn die das so machen und dann wissen die auch, okay, wenn wir jetzt hier einschlagen und sonst was, das ist ein Mietwagen, die wissen definitiv bis hier, das sind die beiden. Ansonsten können die, glaube ich, auch einfach leer an einem Rastplatz stehen lassen. Und so Fragezeichen. Ich meine, das ist für die Polizei vielleicht erstmal okay, aber was ist für Mr. Pimmelmeier? Warum, wieso, würde der nicht eher vermuten, oh, die wollen jetzt Jagd auf mich machen und die sind nicht weg? Das hätten wir auch weniger aufwendig haben können, die Jagd auf ihn. Ja, da hätten wir einfach nur Macht in der Lampe und in den Keller gehen. Ja, ja, wo er wahrscheinlich sitzt. Ja. Uh. Irgendwie bringen wir, also, ich habe irgendwie gerade so überlegt, wie das wäre, wenn wir Urs dazu bringen, dass er wieder die Baumaßnahmen von Daniel aufnimmt oder von Steffen und wir Lassen das Haus auf unserem Kopf einstürzen. So, also, beziehungsweise bauen das Bild. Ja. Weil das ist ja gar nicht so weit hergeholt und die Katakomben unter der Lampe sind ja so weit, die ragen ja schon unter der Straße. Also, da müsste man ja relativ schnell an irgendwie so ein, ich sage mal, Kanalisationssystem angreifen können. Irgendwie müsste man Urs, also, wenn wir die ganze, wenn wir die ganze Drogen, jawohl, das ist gut fürs Geld abheben. Ich glaube auch, es ist auffälliger, wenn wir einen Keller auf uns einstürzen lassen und dann keine Leichen hinterlassen da. Naja, ich meine, aber wenn das ganze Haus erstmal eingestürzt ist, dann sagen die ja nicht von wegen, oh mein Gott, wo sind Klaus und Dürk, sondern oh mein Gott, alle Menschen. Ja, meinst du nicht, da bringen wir mehr Leute um als notwendig? Ja, das wollen wir ja nicht. Ah, okay. Scheiße. Ja, bleiben wir mal bei dieser Drogengeschichte. Ja, aber ich finde diese Geschichte so schwierig aufzubauen, dass sie sagen, die sind, können wir einen Unfall haben? Also, dass wir halt irgendwie Drogen kaufen, tatsächlich kaufen und nur noch Restbestände irgendwie in dem Wagen halt und wir sind mit dem Wagen, achst du? Scheiße, aber wenn wir verunglückt sind mit dem Wagen, dann ist die Frage, warum ist der Wagen kaputt irgendwo, aber wir sind nicht mehr da. Unsere Leichen sind nicht da. Ausgebrannt. Oh Gott, sie wurden dematerialisiert, so sehr kann der Wagen nicht ausbrennen, dass die Spuren von unseren Leichen verschwinden würden. Nein, 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 ich meine, da drinnen verbrennen zwei tatsächliche Leichen, die aber schon tot sind. Meinst du nicht, die können sie identifizieren anhand der Zahnabdrücke? Äh, ausgeschlagen. Beim Unfall. Wir installieren so eine ganz, so eine ganz harte... Also, wir holen uns zwei Leichen. Das machen wir nur den Dock. Schlagen denen die Zähne aus. Ja, aber das machen, das bauen wir so, dass der eine echt aus Versehen, also wir versuchen irgendwie, wir pimpen das Fahrzeug, dass das so ein Nussbaum Lenkrad hat, weil das richtig hart ist. Der eine schlägt sich am Lenkrad voll die ganze Zahnreihe aus und der andere hat so eine richtig hart, schwere Handyhalterung vor dem Gesicht und da rammt der rein. Also die beiden Leichen, einer hat halt Gebiss am Lenkrad, der andere hat irgendwie komplett die Handyhalterung im Mund. Ja. Und ich habe gehört, Feuerwehrmann aus Hannover hat mir immer erzählt, wenn Feuer heiß genug ist, dann brennt sogar Stein. Und genau so heiß brennt das nämlich auch. Wir haben halt irgendwie im Darknet irgendwie uns selber Napalm gebastelt, angelernt, wie es geht, und brennen diese Leichen zu Pulver. Das ist die Frage, aber natürlich eine einfache Rekonstruktion von irgend so einem Gerichtsmediziner sagt, ja, ich sag mal, das ist jetzt nicht einfach Spritwasser gebrannt hat, da hat irgendwer eine richtig perverse Scheiße angezündet. Ich komme nicht auf die Idee, wie wir uns umbringen, dass wir weg sind. Wir wurden von dem Clan mitgenommen. Die haben ja unsere Leichen entsorgt. Welcher Clan? Na, der, von dem wir die Drogen kaufen wollten. Ja, aber da brauchen wir doch echt eine Story. Wir müssen doch dann irgendwie eine polizeilich greifbare Story. Die können doch nicht einfach wild in den Raum vermuten und das dann drucken lassen, dass sie sagen, wir sind in Brandenburg, das ist alles voller Drogenkartellclans und von denen müssen Dirk und Claude einfach genommen und verschleppt und gemeuchelt. Deswegen haben wir ja die ganze Zeit Barkeepern erzählt, was wir machen. Oh, wir inszenieren das alles, was du vorhin gesagt hast, mit kaputtem Fahrzeug, ein bisschen Blut und bla bla bla. Und dann, und das haben wir halt dann schon weiter aufgenommen und können somit halt Daten auch so verändern, dass es immer vom Datum her aussieht, als was passen würde. und haben schon aufgenommene oder präsentieren das so Kidnapper-Videos. Ja, okay. Dass wir dann halt auf jeden Fall sagen, da gibt es dann die Story, falls die nicht schlucken von wegen, das ist ein Clan, sondern dann sagen wir, der Clan Brandenburg e.V. hat uns aufgrund missglückter Drogenübergabe. Die Kleingartenkolonie zossen. Ja, genau. Und wenn, und wir gehen, ach scheiße, wenn wir das groß machen und sowas sagen wie, das ist jetzt, geht direkt ans Kanzleramt und die sollen jetzt 50 Millionen Spenden. Dann würden die doch entweder das, das wäre das Beste für uns, wenn das unter den Teppich kehren, dass die Presse das auch nicht so richtig mitkriegt, aber andersrum wäre halt dann einfach, da wirst du dann halt irgendwie Soko, Dirk und Klaus geben und dann würden wir halt permanent gejagt, auch noch von der Polizei. Gesucht wegen eines Verbrechens, das sie nicht begangen haben. So. Ja, sag doch auch mal was, ich komme jetzt hier nicht weit. Du, da immer deine Sachen von wegen, das glauben die, weil der Clan und drei Blutstropfen da auf dem Fahrer sitzt, das ist so. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen mehr Blut abzwacken. Oder vielleicht gibt es ein, gibt es ein typisches Clan-Verbrechenszeichen, was die am Tatort immer unterlassen. Hier so, hey, es endet. Also, also. Bei Dinos lassen wir auch immer irgendwas hinter. Also, so, keine Ahnung, eine Wurst oder eine He-Man-Puppe oder so. Das finde ich gut. Wir lassen so eine He-Man-Puppe, die eine Mettwurst hält. Ja. Und dann sagen sie, oh nein, der Mett-Clan. Ja. Oh, der Mett-Clan aus Brandenburg. Die Armen, Armen. Abu Mett-Sossen. So. Ich weiß ja nicht, ob das Pimmelmeier überzeugt. Aber, aber, damit wir immer einen Schritt weiter kommen. Ich glaube, das ist ein Punkt. Ja, wir können ja, also, wenn wir alle unsere Besitztümer, die wir haben, Handy, Portemonnaie, etc. Da und ein bisschen Bargeld, wir lassen jeder 2.000, 3.000 da im Auto. Ja, aber würde das der Clan nicht mitnehmen? Die wollen ein Zeichen setzen an uns. Ja, okay, gut, Geld lassen wir nicht da, aber Handy, Handy lassen wir da. Das kann man orten, das hat der Clan da gelassen. Genau, ja. Also, die haben die vielleicht demonstrativ auch irgendwie so ganz schlecht kaputt gemacht. Ja. Wo man aber alles noch rekonstruieren kann. Die haben halt einfach das nur gegen Autoreifen geworfen. So wütende Clan-Mitglieder werfen halt das. Und dann werden... Das, die Informationen könnten auf unserem Handy sein mit dem Tor-Browser. Was für Informationen? Also, halt so, was wir vorhatten. Das ist in unserem Terminkalender. Ah, genau, in so einem Doodle-Kalender oder so. Da haben wir so abgestimmt. Ja. Wann kannst du bei der tödlichen Geldübergabe dabei sein? Damals war ich 18,30. Ah, das ist schlecht, da habe ich eine Spitschicht erlaubt. Wir schreiben uns noch die ganze Zeit, brauchen wir eine Waffe? Die wirken irgendwie gefährlich. Ja, ja. Nee, alles gut. Der Abdel Fondikow wirkt vertrauensselig. Ja. Und außerdem fahren wir in brandenburgische Waldgebiete, da sind ganz viele Stöcker. Ja, eben. Pieksen und hauen wir sie damit. So. Und werfen Stock in den Speichen. So, okay. Wir sind da irgendwie weg. Ganz einfache Frage, damit uns auch kein anderer sieht. Ja. Wir müssen das vorher auskundschaften, wo wir hinfahren nach Brandenburg. Und nicht das einzige Mal bei dem Tatversuch auch selber zu verschwinden, das sagen, hoffentlich ist hier keiner, sondern das sollte er schon mal machen. Da ist halt die Sache, ja, gut, das könnte man ja vielleicht irgendwie machen, dass wir sagen, scheiß, man sollte jetzt kein Mieterfahrzeug nehmen, dann könntest du ja alles rekonstruieren. Ja. Man leiht sich von irgendjemand umzugstechnisch. Ich sage, Urs, ich habe mir einen Schweine-Zerteiler, kann ich mal euren Caddy haben? Und dann fahren wir nach Brandenburg und schauen uns das an. Dann ist die Sache, okay, wir sind da, wir machen das vermutlich nachts. Mhm. Wie kommen wir da weg? Und wo gehen wir dann da hin? Hätte ich gesagt, mit einem Fahrrad? Haben wir das auf dem Transport? Ah, das ist gut, wir haben es auf dem Transport. Und die Spuren, scheißegal, das ist ein Rommel und Wind ist, da kann alles drin sein für Spuren. Ja, und wie ich wollte gerade sagen, wir sind halt, ja. Wir sollten bloß nicht unmittelbar vielleicht in die feuchte Erde die Radspuren direkt aus dem Transport daraus führen, sondern vielleicht das Fahrrad erst mal ein paar Meter schleppen. Dann ist die Sache, vielleicht auch Fußspuren, die auch verfolgbar sind, nicht direkt. Also vielleicht suchen wir dann irgendwie querfeldein, dass wir über den Acker laufen. Aber das ist auch blöd, da kann man es auch nachverfolgen. Also weiches Erdreich, das ist ja einfach wunderbar. Oder wir wüssten, wir fahren halt irgendwo hin, wo ein bestelltes Feld ist. Und wir wissen, nächsten Morgen, bevor der Dings gefunden wird, fährt da eh der Bauer lang. Und der würde unsere Spuren verwischen. Ja. Das hat sich dieser Clan schon raffiniert ausgedacht. Ja, ja, genau. So. Also das heißt, wir müssten dann erstmal jeder Rucksack mit ein bisschen Eiweißriegel und unsere 20.000 Euro. Klassisches Zombiepack plus Geld plus, ich würde sagen, sowas wie eine Schere und einen Rasierer. Damit wir, wenn die Polizei uns sucht, überhaupt nicht aussehen wie wir. Alter, ich glaube, wenn ich mir Haare und Bart abnehme und du dir die Haare abnimmst, das sind echt Gesichter, die sind nicht hübsch, aber fremd. Also das sind dann echt, ich meine, wir könnten dann vielleicht relativ schnell, weil das ist ja mehr dummes Volk, aber wir müssen da ja gar nicht untertauchen, weil ich gerade gedacht habe, wir tauchen bei irgendwelchen Brandenburger Nazis unter. Weil die dann denken, oh, zwei von uns. Die haben eine Glatze. Und wir ganz sichtlich halt eine weiße Glatze auf brauner Gesichtsfarbe. Ja, wir waren kürzlich noch bei der CDU, aber jetzt dachten wir, wir machen mal einen leichten Richtungswechsel zu euch. Wir sind sonst auch immer mit Mütze unterwegs, weil ich habe immer Schiss. Sonnenstich. Frag mal den Glaus hier. Genau. Danke, Türk. Nee, wir brauchen so Namen wie, wir sprechen uns an mit Himmler und Goebbels oder so, damit die sofort keinen Verdacht haben. Wir sind so wie Parteieabgeordnete bei der Partei. Die halt leider jetzt nicht, wir sind so Sperr und Krieg oder so nennen wir uns. Ja, völlig gut. Ja. Ja, vielleicht haben wir halt auch einfach ein Zwei-Mann-Zelt noch dabei. Was wir halt einfach sagen, okay. So ein bisschen Wildcampen dann. Ja. Und wir können uns, genau. Und wir können dann nämlich die erste Nacht, schleppen wir erstmal die Fahrräder über den Acker. Da ist bestimmt irgendwann ein Waldgebiet. Und im Waldgebiet fangen wir halt an, das Fahrrad zu schieben. Ja. Weil wir jetzt ja nicht auf direkten Wege halt unterwegs sind. Es wird, glaube ich, sehr anstrengend. Und da fangen wir auch in der ersten Nacht an, um komplett zu rasieren. Ja. Also Gesicht komplett. Ja. Schwierig ist bei mir halt mit dem Tattoo. Da werde ich dann wahrscheinlich auch im Sommer mal öfter so wie du mit Hemd rumrennen. Ja. Und dann nächsten Tag. Aber du hast gesagt, wir müssten ja schon die Falle vorher planen. Also wir brauchen zumindest alles dafür. Wir müssen ihn, glaube ich, nur aus der Reserve locken. Also ich würde sagen, den Tatort wird sich nicht nur die Polizei anschauen. Also einfach nur irgendwie von wegen, da wird ja nicht irgendwie in der Presse stehen, Klaus und Dirk vermisst vermutlich missglückter Drogenhandel, sind durch die Pimmelwurst-Gang aus, sondern da steht ja eventuell nur zwei dumme Hunde vermisst. Und da wird ja nicht Pimmelmeier gleich aktiv und denkt, oh, sind das meine dummen Hunde? Aber der hat ja nicht, meinst du nicht, der überwacht uns dann so ein bisschen? Naja, irgendwann, irgendwann, genau, relativ, aber... Irgendwann wird er ja merken, so Moment mal, die sind abends gar nicht mehr auf Pornhub unterwegs. Das ist dann aber auch die Sache, dass wir halt, dass das Robben und Wintjes Fahrzeug auch relativ gedeckt uns holen müssen. Also wenn wir aus dem Haus gehen und sowas, müssen wir davon ausgehen, dass Pimmelmeier uns irgendwie beschattet. Aber da sind wir ja auf einer einsamen Landstraße mit dem Deal. Nee, ich meine aber, dass wir erstmal zu dieser Landstraße kommen. Also dass wir erstmal zu unserem Robben und Wintjes Fahrzeug kommen. Dass wir ganz normal spielen, okay, wir sind zu Hause, bla. Dann müssten wir hier erstmal abhauen. Das heißt, weiß nicht, früher konnte man bei dir immer schön über die Dächer noch raus. Du kannst hier nach hinten raus. Ja, also wir müssten so... Zur anderen Straße, ja. Ein bisschen was, wir dürften jetzt nicht vorne aus der Haustür raus und dann halt, keine Ahnung, mit dem Roller oder sowas. Aber also hier, die ganzen Höfe hinten sind ja verbunden. Also wir können hier beliebig bei jeder Straße raus. Wie wäre das, wenn wir schon... Ach nee, wir sollten ja noch... Ja, okay. Das heißt, weil Robben und Wintjes kannst du nicht nachts holen. Wir müssten halt vielleicht... Weil den kannst du fürs Wochenende mieten, nur für eine Woche. Das heißt, man könnte aber... Also das dürfte er nicht mitkriegen. Dass wir den Wagen... Bevor wir vermisst sind, dürfte er nicht mitkriegen, dass wir einen Wagen gemietet haben. Ja. Ja, oder wir nehmen den halt und fahren dann sofort raus. Um einfach schneller zu sein als er. Nochmal. Wir mieten den und fahren sofort raus. Also wir huschen hier halt irgendwie weg. Okay, das heißt, das eine Mal, wenn wir uns den Wagen holen, am Tag vielleicht auch, das müssten wir... Ja, das muss es sein, ja. Aber dann sollten wir nicht irgendwie sowas wie Öffis nehmen. Nee, nein. Und ich kann nicht mein Motorrad nehmen. Ja, aber wir können da hinspazieren. Zu Robben und Wintjes. Das ist ein weiterer Spaziergang, aber das geht schon. Na, aber ich würde sagen, vielleicht schauen wir... Weil nachhinein, das kann man ja rausfriegen, das ist ja egal. Aber vielleicht, dass es jetzt schneller geht, einfach so eine Emmy-Roller oder sowas. Weil wenn wir erstmal hinten raus sind, wenn wir Helme aufhaben und vielleicht sogar Brille oder sowas, dann wird man nicht so schnell uns erkennen. Okay, dann hauen wir halt ab. Dann sind wir Brandenburg, klar, wir haben unsere Sachen. Die Sache halt auch sowas wie Bargeld holen, dass er dann irgendwie sieht, dass wir öfter am Automaten sind. Das ist halt auch die Sache. Also okay, da könnte man ja immer sagen, dass man versucht, sich immer nachts rauszuschleichen, um dann irgendwie das Geld zu holen. Okay, aber gut, wir haben jetzt alles gemacht. Nachts Fahrrad, Haare ab und sowas. Wie kommt er da hin und wie machen wir ihn platt? Und wo kommt er hin? Also bis jetzt habe ich nur die Vermutung, dass er sich den Tatort anschaut. Sofern er überhaupt noch was zu anschauen ist. Weil er wird ja irgendwann aufmerksam. Er wird irgendwann merken, von wegen Routine wird nicht mehr passieren. So was wie, keine Ahnung, Wochenende ist passé, Montagmorgen, Klaus geht nicht raus, um zu schreiben oder so. Was ist da los? Und dann faked er halt erstmal ein Klingel und sagt, hier DL und keine Reaktion. Denkt er scheiße. Hä, was habe ich verpasst, was habe ich verpasst? In dem Fall könnten wir auch einfach bei uns auf der anderen Straßenseite warten. Achso, du meinst hier raus und... Ich glaube nämlich auch, dass es jetzt uns nach Hause kommen würde. Um die Hypothese zu testen, dass wir tot sind. Okay, beziehungsweise erstmal, um zu gucken, was los ist. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, Zweifel in ihm zu wecken, dass wir beide tot sind. Ja. Es eventuell so aussehen zu lassen, als ob einer noch lebt. Aber generell müsste er die Spur sehr schnell kriegen. Also er müsste ja sehr schnell irgendwas mit Robben und Winches und Hass nicht gesehen mitkriegen. Ja. Weil, wenn unser Wagen erstmal gefunden wird, also Robben und Winches sagt von wegen, Alter, die bringen dich zurück, hier GPS, was ist da los? Dann, oh Tatort, was ist los? Und dann wird die Polizei ja den schon dann irgendwann als Erwart dann mitnehmen. Und die vermeintliche Tatort ist passé. Einmal regnet uns keine Ahnung. Der wird ja von dort nicht anfangen. Sondern eh der darauf kommt. Der wird ja eher genau hier in der Wohnung und sowas. Ja. Ja, vielleicht ist das auch alles für einen Arsch. Wir müssen das alles gar nicht machen, sondern... Können wir uns einmal im Schrank verstecken, einen Tag lang? Wir bewaffnen uns und warten, bis er hochkommt. Ja. Aber dann ist halt, aber die Idee war ja halt, wie verschwinden wir und nicht, wie... Ja gut, aber wir sind in dem Verschwinden schon recht nah. So, also wir sind jetzt da, die Polizei hat uns aufgegeben und wir sind im Wald mit Fahrrädern. Ja. Und können jetzt einfach dann, wir schieben die noch ein bisschen, bis wir an der nächsten Feldstraße sind. Sehen ja nicht mehr aus wie wir. Ja. Also meinst du einen Tag danach? Ja. Und können dann einfach dann... Wir sind einfach irgendwelche Radfahrer dann in Brandenburg. Und hat einen Tag danach, ist unser Wagen schon entdeckt worden? Nee, würde ich noch nicht mal davon ausgehen. Achso, wir sind noch nicht... Ich würde sagen, das ist erst so, wenn Robben und Wienches den wirklich als vermisst meldet und den orten lässt. Wir könnten ja sogar einen anonymen Anruf noch irgendwie stecken. Würde ich nur machen, wenn wir es eilig haben. Aber können wir machen, ja. Ja, weil ich frage mich, wie willst du den wohin locken? Weil wir wollen ja eine Falle stellen. Und du hast ja gesagt, das sollte schnell passieren. Ich glaube ja, wir könnten dann... Er würde dann unvorsichtig werden und wir könnten wieder zu uns nach Hause. Oder hier in der Nähe auf ihn warten. Na, aber erst mal muss er ja das mitkriegen. Erst mal muss er ja mitkriegen von... Ja, genau, aber sobald... Sobald das in den Nachrichten ist, quasi. Hat er mehr Mittel als andere? Also hat er quasi Mittel der Polizei und ist relativ... Gehen wir aber davon aus, dass er Mittel der Polizei hat. Also ist ein bisschen korrupter Bulle oder irgendwas. Karl X. Pimmelmeier. Also er hat mitgekriegt, dass wir weg sind. Weil du gesagt hast, ja auch in so einem Zeitraum von acht Wochen oder sowas. Wie tauchen wir unter? Also wir fahren auf dieser Landstraße. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag, jede Stunde und sowas. Aber wo tauchen wir in der Zeit unter? Und was machen wir? Kriegen wir einfach so eine Herberge oder so? Ohne Ausweis? Also wenn es eine klassische Jugendherberge ist, dann brauchst du halt einen Jugendherbergsausweis. Um da überhaupt erst mal unterzukommen. Also cooler, glaube ich, wäre es auf dem Land, einfach diese Zimmerfreischilder zu nutzen. Ja. So. Ja. Wir sind Radfahrer. Wir fahren durch Deutschland. Ja, ja. Es ist Sommer. Super. Finde ich plausibel. Können wir bei Ihnen eine Nacht auf dem Bauernhof pennen? Ach, sie haben Nazi-Geschichten. Interessant. Wir sind Glatzköpfe. Jetzt wird es auch gleich die Haare ganz abnehmen. Ja. Ja. Ja, wir müssen ja eine Falte stellen. Wir müssen den ja irgendwo hinkriegen. Ich glaube, wir brauchen halt irgendwelche Leichen. Oder vermeintliche Leichen. Also irgendwas, was länger untersucht werden muss. Keine Ahnung. Irgendwas wie, die sind mit Sicherheit da unterverschüttet oder so. Es wird ausgegraben. Oder die Gang ist bekannt dafür, dass sie ihre Leichen verbrennt. Oder ins Wasser schmeißt mit Gewicht oder sowas. Und Suchtaucher sind die ganze Zeit in irgendwelchen Seen unterwegs. Ja, wir können ja, wir können eine Raststätte dicht an einem Fluss ausfindig machen. Aber ich meine, da müssten wir uns... Oder einfach Spuren bis zum nächsten Fluss oder Bach. Fluss, muss schon Fluss sein. Spuren bis zum nächsten Fluss vortäuschen. Dass wir definitiv Polizeitaucher haben, die nach uns suchen. Also vom Robben und Windchen sollen Spuren... Das heißt, wir müssen uns abwechselnd immer irgendwie ziehen oder sowas, dass wir so Spuren kriegen. Ja, das kriegen wir schon hin. Mit Fahrrad auf dem Rücken. Und 20.000 Euro im Rucksack. Nicht schubsen, ich habe 20.000 Euro im Rucksack. Okay, also das heißt, wir gehen auch jetzt einmal davon aus, dass es so eine Kartellbande gibt, die bekannt dafür ist, ihre Gegner mit Gewicht oder ohne ins Wasser zu schieben. Die feuchten Banditen. Ja. Ja, was ist deren Marke denn? Einfach nur ins Wasser schmeißen, K.O. schlagen und die ertrinken? Naja, also ich meine, die Polizei muss nicht besonders kombinierfreudig sein, um festzustellen, da steht ein leerer Wagen. Zwei Leute, bei denen in Berlin Drogengeschichten bekannt sind. Und das führen zwei Schleifspuren zum Wasser. Ich glaube, die wurden verbrannt, Hank. Und immer so eine geilen Wechselmomente, wo man dann die Sneakerspuren sieht und der andere wird geschleifen und dann sowas. Ja gut, die waren auch ziemlich schwer. Also da mussten sich die Klanisten schon mal abwechseln. Cool wäre natürlich auch, wenn es so eine Spur gibt wie ein Fahrzeug, was da noch hinfährt, wo dann die anderen Clan-Typen auch irgendwo aussteigen. Ökologisch bewusste Clan-Mitglieder, die sind mit dem Rad angereist. So, auch die machen ja Spuren aus, das ist das Hovercraft-Räder. Ja. Und wie war das? Eine Leiche im Wasser geht erstmal unter und erst wenn sie aufdünstet, kommt sie hoch nach zwei Tagen. Das heißt, die haben uns halt richtig matsch geschlagen. Das heißt, wir verlieren noch ein bisschen Blut am Wasser, also am Beckenrand, sag ich jetzt mal, an der Einstiegsstelle. Genau, und dann wurden wir im Freibad ins Wasser geworfen und die Polizei wartet, bis unsere Leichen wieder auftauchen nach drei Tagen. Was fließt denn da Größeres? Die Neiße irgendwas, nein, muss schon was Größeres sein, dann wird es ja wohl irgendwas geben. Ich bin leider in regionaler Geografie nicht so. Aber ich habe immer noch keinen Plan, was wir so aufbauen, um dann halt Karl Pimmelmeier zu locken. Also okay, wir sind halt im Wasser. Das heißt, bei einem Fluss, da kommt ja auch keine Suchtaucher und tauchen dann halt einfach mal kilometerlang im Fluss. Ja, was hat denn Karl Pimmelmeier, wir brauchen glaube ich ein bisschen mehr Informationen über Karl Pimmelmeier. Ist er denn so ein Typ, der die Bestätigung möchte, dass wir tot sind? Weil dann kommt er zum Wasser. Ja, aber die Sache ist ja, wenn es ein Fluss ist, dann bewegt sich das Wasser. Dann ist es ja nicht da, wird sich reingeschmissen, warten immer zwei Tage. Der wird ja dann mit der Polizei da sein. Ach, du meinst, der ist offizieller Ermittler? Ja, oder ist zumindest als offiziell Schaulustiger da, um zu gucken, wie die Polizei uns hochholt. Ja, aber was holt die denn dann hoch? Ja, naja, die werden ja erstmal Taucher runterschicken, um zu gucken, was da noch so ist. Ja, also die können ja erstmal nichts holen. Ja. Wissen wir denn, wie Karl Pimmelmeier aussieht? Das würde es einfach machen, dann kann man ihn bei Facebook suchen. Aber ich würde mal sagen, eher nicht. Es könnte auch eine Karl-Laab-Pimmelmeier sein. Weil dann ist es natürlich auch schwierig, dass wir uns dann halt irgendwie mit so einem Sniper-Gewehr irgendwo in den Busch setzen und warten, bis die Schaulustigen ankommen und die dann alle abgeschnallen. Ja, wir können auch nur mal sicher gehen und alle Schaulustigen abknallen. Das meine ich. Wir sind ja keine Mörder in dem Sinne. Wir wollen ja nur Rache. Ja, weil du wolltest vorher noch ein ganzes Gebäude, ein ganzes Mietshaus auf uns zum Einsturz bringen. Ja, wenn du das Weihnachten machst, dann ist alles leer. Ist doch hier frisch. Und ein paar Familien, die Weihnachten feiern, aber ein bisschen Kollateralschaden ist immer. Nee, das rutscht sich nur so zwei Meter ab. Die sind dann oben nicht tot, das hält sich doch alles. Die rutschen dann halt alles nur von ihrem Stuhl. Aber das ist ja eh passiert. Du sagst, das Ding ist dumm. Ja. Naja, also er kommt zum Wasser irgendwie. Wie sondieren wir Karl Pimmelmeier da vom Wasser? Ja. Und was machen wir? Wir können den ja nicht, wir wollen den ja erstmal ausfindig machen, um ihn dann natürlich alleine irgendwie platt zu machen. Und jetzt nicht irgendwie, wir wollen da ja nach safe sein. Weil wenn wir den abknallen, dann ist natürlich die Suche nach irgendwas. Und wir machen irgendwie einen Fehler, knicken irgendwie so eine Primmel, die nur einmal blüht rum. Wir müssen ihm richtig in die Hoden hauen, um ihm klarzumachen, dass das nicht geht. Wir sind die ganze Zeit mit so einem komischen Wasser-Luft-Tank-Schlauchsystem unter Wasser. Er guckt, wir kommen hoch. So nicht. Der perfekte Plan. Und dann ist er so verwirrt, weil seine ganze Stärke, mentale Stärke auch bei... In den Hoden liegen. Genau, weil er Karl Pimmelmeier ist, dass er uns dann neutral anschaut und sagt, lasst uns Freunde werden. Ist das die Art, wie wir jetzt das Ganze schließen? Wir sind schon bei über einer Stunde. Scheiße, ey. Ich dachte, das kann man so schnell mal irgendwie so runterreißen. Na, ich meine, er wird irgendwie am Wasser sein. Die Frage ist doch, rufen wir vielleicht auf einem unserer Telefone an? Mit unseren unterdrückten Telefonen. Dass es unter Wasser blubbert, oder was? Nein, nein, aber die sind ja in dem Auto am Wasser. Meinst du nicht, jemand wie Karl Pimmelmeier hätte sich unsere Telefone gesichert? Ja, aber er hätte ja das offensichtlich. Also ich meine, wie gesagt, deswegen meine Frage, ist er Polizist aktiv und hat diesen Fall mit übernommen? Oder ist er halt Polizist und versucht da irgendwie was rauszukriegen? Weil das könnte man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, wir würden dann vorher im Darknet studieren, wie man Lippen lesen kann. Oder sowas, dass wir halt mit einem Feldstecher uns irgendwo verstecken und merken, dass da Kollegen reden und einer kommt dazu und sagt, und da haben wir das gefunden. Wer sieht sie denn? Ja, ich bin hier von Wache 14. Ja, das ist doch gar nicht ihr Fall. Ja, ich dachte, ich greife euch irgendwo unter der Arme. So, und dass wir denken, das ist er, das ist er. Und dann ist die Sache, natürlich würden wir ihn dann halt nicht in dem Moment umbringen, aber sagen wir mal so. In die Hoden hauen. Wir würden erstmal warten, bis er wieder in sein Auto steigt oder auf sein, er fährt Tandem, ganz geschickt, er fährt Tandem-Fahrrad. Alleine. Alleine, der Trottel. Und wir tauchen plötzlich hinter ihm auf. Wie die BMX-Bande, rechts, links und wir haben Stöcker, Brandenburger Stöcker und die rammern ihn in die Speichen. Einer von uns springt hinten auf sein Tandem-Rad auf. Achso, ich dachte, wir schmeißen den in den Speichen, dass er einen tödlichen Fahrradunfall erleidet. Um das Ganze abzuschließen. Das wird doch sonst nichts. Ja, finde ich gut. Ich möchte aber vorher noch, dass er einmal kurz in so eine Mulde fährt, dass ihm der Sattel in die Hoden haut. Er rutscht einmal ab und Hals in die Hoden. Und dann versuchen wir noch sowas, was ich letztens gesehen habe oder gelesen habe oder wir beide, dass hier die stabile Seitenlage ja so gefährlich ist, weil hier immer noch nicht hundertprozentig. Und wir versuchen die ganze Zeit Herz-Lungen-Massage und er ist eigentlich noch okay, bloß mit der Herz-Lungen-Massage kriegen wir ihn. Das ist natürlich ein Hardcore-Tod für uns, dass wir sagen, der ist nur ein bisschen benommen und einer von uns räumt da richtig so. Einer am Herz und der andere an den Hoden. Ja. Einer muss rauchen und pustet immer den Rauch ihn in den Mund. Wir sind wie so zwei mordlustige Bullys an der Highschool. Und dann verfassen wir ihm einen riesen Wedgie. Was ist ein Wedgie? Wo wir ihm hinten die Hose hochziehen. Ah, ich dachte, bevor ich da futzi wäre. Ah, okay. Ja, haben wir es ja hingekriegt. Hat er seine Lektion gelernt, Karl Pimmelmeier. Von wegen acht Wochen megamäßig Geld. Wir brauchen 20 Euro für einen Bus. Und trotzdem haben wir auch noch jeder 20.000 in den Bar im Rucksack. Und kommen nach Hause. Unsere Wohnungen sind leer. Ich habe kein Moppet mehr. Scheiße, ey. Wir können nicht mehr in unsere Wohnung, weil wir tot sind offiziell. Hä, wieso? Wir sind tot? Ja, wie sollen wir denn sonst erklären, was wir da mit der Robbe gemacht haben? Ich dachte, wir sind noch vermisst, weil wir ja noch gar nicht auftauchten. Ja, aber dann kriegen wir die Kaution von der Robbe nicht zurück. Ja, scheiße, ey. Naja, wenn ihr eine Lösung wisst, dann schreibt uns einfach an fürnüsse.gmail.com. Ich glaube, jetzt kriegen wir richtig viele Mails. Oder fürnüsse-Pod auf Twitter. Hast du schon fürnüsse.gmail.com gesagt? Ich dachte, ich wäre da mit der mentalen Störung die Woche. Ja, bei mir ist es ja mehr so ein Dauerzustand, besonders bei der Hitze. Oder fürnüsse mit Dirk und Klaus auf allen euren Podcast-Apps. Ja. Oder YouTube, will ich sagen. Ja, ich bin noch total dabei, weil ich es nicht ganz befriedigend finde. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen ein bisschen. Naja, ja. Also der Anfang war stark und dann war ich ordentlich abgelassen. Stark angefangen, stark nachgelassen. Ja. In diesem Sinne, eine schöne Woche euch. Tschüss.